So, na gut, der Weihnachtsmarkt, eine große Krise beim Erstellen, ihr habt es ja mitbekommen, sorry dafür, ich dachte ich mache eine coole, chillige Folge, aber so ist das Leben halt, es läuft nicht alles leicht, umso mehr freue ich mich, unser Weihnachtsmarkt, unser ganzjähriger ist eröffnet und overcrowded, bist du wahnsinnig. Jedenfalls, auf alle Fälle, ganz herzliches Dankeschön an alle, die auch dieses Jahr immer wieder dabei waren, einige Videos von mir verfolgt haben, manche von euch auch kommentiert haben, ich freue mich total darauf, ich wünsche euch auf alle Fälle allen ein frohes Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, ich hoffe ihr findet einen Weihnachtsmarkt, der nicht so überfüllt ist wie dieser da, er dreht auch schon um. Ich will nicht einkaufen, aber ich finde das urschön. Na gut, ja, lange Rede, kurzer Sinn, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe ich sehe euch alle gesund im 2017er Jahr wieder. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was, ciao, baba.